jo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren platin guide hier auf meinem kanal heute spielen wir das neue spiel von wick fisch pg boy ja das ganze kostet drei euro 59 und es groß bei ps4 und ps5 bedeutet für diesen einkauf bekommt beide versionen dementsprechend hier doppel platin möglich und ihr könnt euch das ganze natürlich noch im store kaufen dauer der platini round about 15 bis 20 minuten ziel des spiels ist es hier beziehungsweise der platin ist es 30 level hier zu absolvieren für die platin die steuerung des ganzen ist recht einfach wir haben hier unseren kleinen spielcharakter den können wir natürlich steuern mit dem steuerkreuz oder mit dem linken analog stick und wir haben die möglichkeit die map beziehungsweise das level zu drehen mit l1 und r1 in beide richtungen rechts links und dementsprechend drehen sich natürlich auch die gegenstände mit die in diesem level sind natürlich auch euer spielcharakter ich werde euch im anschluss hier alle 30 solutions hier zeigen also alle 30 lösungen für die jeweiligen level ich werde das ganze versuchen so langsam wie möglich zu gestalten damit auch gut nachspielen könnt ja und ja ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß bei dem game bei meinem video bei meinem guide und wenn es euch gefällt lasst gerne daumen nach oben da und ein abo darüber würde ich mich sehr freuen und dann ja vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut und servus und auf jeden fall Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ......